Es gibt Leute, die introvertierte Menschen als Längweiler oder einfach sehr zurückgezogen empfinden. Unsere nächste Protagonistin, Nathalie Seelinger, ist aber überzeugt, dass Introvertierte nicht beziehungsscheuch sind, sondern Gemeinschaft lieber im kleinen Rahmen geniessen. Nathalie Seelinger lebt seit kurzem in Trun. Heute trifft sie eine Freundin zum Kaffee. Wenn ich Beziehungen pflege, habe ich es eigentlich am liebsten, Beziehungen eins zu eins. Hier merke ich die Leute auch völlig anders auf und kann führen, als in Gruppennähten. Da kann es auch mal passieren, dass ich mich fast ein bisschen verloren fühle. Oder wenn ich das Sagen kann, was mir wichtig ist und dann den Zeitpunkt verpasse, und dann das Thema schon wieder völlig nebeneinander ist. Das passiert mir regelmässig. Ich schätze sehr die Zeit mit Nathalie, weil es immer ziemlich einen Tiefgang hat. Man sieht es zwar nicht sehr viel, aber es ist nicht wichtig, weil wir immer auf dem gleichen Boden starten können und es immer immer tiefer wird. Ich habe ihr einfach das Gefühl, es geht nicht weiter. Es wird nicht rumverzählt oder so, sondern sie ist wirklich so eine Vertrauensperson für mich. Und das schätze ich eigentlich mega an ihr an. Ein wesentliches Merkmal von introvertierten Personen ist, dass sie nicht im Umgang mit anderen Menschen auftanken und Kraft schöpfen, sondern immer alleine sind. Das geht mir selber auch so. Die Interaktion mit Menschen, auch wenn es eine gute Begegnung ist, ist anstrengend und Kraft braucht. Und es braucht uns dann auch wieder den Rückzug gebraucht, um aufzutanken und zu regenerieren. Auftanken kann Nathalie am besten beim Lesen. Bücher bedeuten für mich weiter, wenn ich eintauchen kann. Die Autoren im Prinzip sehen ich sie wie als Freunde, wenn ich mit ihnen in einen Dialog kommen kann. Die Liebe zu den Büchern habe ich schon seit ich Kind. Ich habe so viele Bücher aus der Bibliothek ausgelenkt, wie man nur ausreizen konnte und habe sie verschlungen. Das ist ... Ich kann nicht an ein Leben denken ohne Bücher, ehrlich gesagt. Typisch für mich als Kind war es, dass ich eher ein ruhiges und stehendes. Man könnte sogar sagen, dass ich ein zurückgezogenes Kind war. Ich war gerne alleine, auch in Pausen zum Teil. Es gab sogar eine Situation, wo eine Lehrerin auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, ist alles okay, Nathalie? Und das hat mich ein Stück weit irritiert, weil ich fand, für mich ist doch alles okay, mir geht es gut, was ist denn das Problem? So erstaunt es nicht, dass Nathalie als erste Ausbildung eine Lehre zur Buchhändlerin absolviert. In der Lehre zur Buchhändlerin ist mir leicht gefallen, dass ich gerne lese und mir Wissen aneignen. Ich konnte die verschiedenen Verläge einordnen und all das Zeug, das hat mich begeistert. Ausfordernd ist definitiv der Kontakt mit den Menschen gewesen. Ein Telefon in die Hand nehmen und sagen, ihr Buch ist eingetroffen, das war für mich jedes Mal eine Herzklopfen-Sache gewesen. Ich durfte es dann aber auch lernen, je mehr ich Menschen anfing kennenlernen und herausgespüre, so die Kundentypen, sage ich jetzt mal, habe ich dann auch eine Gespürung gehabt oder vielleicht sogar ein Gab, die richtigen Bücher zu den richtigen Leuten zusammenzubringen. 2015 wird Nathalie stellvertretende Filialleiterin in einem Orel-Füssli-Laden in Basel. Aufgeblüht in dieser ganzen Aufgabe bin ich definitiv in der Bestärkung in meiner Führungsrolle. Dadurch, dass die Filialeitung, also meine Vorgesetzte, mir vertraut hat und auch den Laden überlassen hat in ihrer Ferienzeiten, habe ich gemerkt, sie glaubt an mich, sie sieht etwas in mir, was ich dann noch nicht gesehen habe. Und der Glaube an mich, der hat mich mega gestärkt und dazu auch befähigt, Sachen auszuprobieren und aus meiner Komfortzone rauszugehen. 2016 verlässt Nathalie Orel-Füssli, weil sie studieren will. Herausforderungen in ihrem Leben regelt sie selbst. In diesem Jahr ist es mir eigentlich gut gegangen. Das Mami hatte Krebs, es war nicht gut, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich nicht mehr meinen Alltag prästieren konnte. Der Alltag ist gelaufen, wenn mal irgendetwas war, habe ich es managen können. Jetzt ist mir gut gegangen dann. Doch dann folgen vier Jahre mit Schicksalsschlägen und hoher Arbeitsbelastung. Innerhalb von wenigen Jahren gab es zwei Sachen, die mich sehr belastet haben. Zum einen ist Mami dann gestorben, der Papi hatte schwere Demenz, ich war in den Beistand, ich habe gestudiert und noch eine Filiale übernommen. Und zudem war ich auch noch Ausbieterin von der Lehrtochter dort und die Beziehung ist noch auseinander. Als introvertierte Person ist Nathalie Selinger gewohnt, sich selbst zu helfen und sucht keine Hilfe von aussen. Es gab schon Situationen, wo Leute gesagt haben, hey, musst du jetzt aufpassen, du kommst an deine Grenzen, musst du zu dir schauen. Und ich habe das wenig ernst genommen, um ehrlich zu sein. Ich denke, doch, das geht, das arbeite, ich bin stark genug, ich arbeite das allein, kann das Regeln managen. Ich war vielleicht auch ein bisschen stolz, vielleicht auch ein bisschen stur. Im Sommer 2020 kommt der Tag, an dem mir alles zu viel wird. Als ich aufgestanden bin und wollte arbeiten, habe ich gemerkt, dass es nicht stimmt. Ich bin nicht ganz mehr selber und wollte arbeiten und ich habe den einfachsten Kassiervorgang nicht mehr anbekommen. Das hat mir Angst gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe die Kontrolle nicht mehr über mein Leben, es ist mir wie entgleist. Und es ist effektiv zu einem Zusammenbruch gekommen. Auf der einen Seite war ich enttäuscht von mir selber, dass mir so etwas passiert. Auf der anderen Seite hat es aber auch Klarheit in die ganze Geschichte gebracht. Es hat mich auch ein Stück weit entlastet, dadurch, dass ich schwach sein durfte, dass ich meine Verletzungen zeigen durfte. Und ich habe mich dann auch entschieden, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bin zu einer Psychologin in Gespräche. Und das Ganze zu reflektieren und auch aufzuarbeiten, hat mir wirklich gut getan. Gott habe ich in dieser Zeit erlebt als ein nacher Gott, als ein Gott mit mir, ein Gott, der mich sieht, aber auch ein Gott, der mich lässt, meine Verantwortung übernehmen. Und es ist ja ein Stück weit auch ein Versäumnis meinerseits gesehen, dass ich nicht Hilfe geholt habe und das nicht eingesehen habe, dass ich nicht mehr stark sein muss. Und in all dem Innen dann halt einfach auch zu sagen, dass er treu ist, egal wie ich mich fühle. Etwas, was ich aus dieser Zeit heraus gelernt habe, ist, meine eigenen Grenzen und auch mich selber besser gespüren und wahrnehmen. Und auch Waren und Verteidigen gegen Aussen, gegen Erwartungen von Aussen, aber auch gegen Ansprüche von mir selber. Gerade besonders als introvertierte Person, die darauf angewiesen ist, sich auch einmal ein Wissen zurückzuziehen und Kraft zu tanken. Und ich habe gelernt in dieser Zeit, dass Hilfe annehmen kein Schande ist, sondern dass man stärker daraus rausgeht und eigentlich davon profitieren kann. Und ich habe gerne ein paar Dinge. Vielen Dank.